Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu die Deutsche Fußball-Bundesliga, der 30. Spieltag. Am Freitagabend trafen der 1. FSV Mainz 05 und der FC Schalke 04 aufeinander. Durch den Doppelschlag von Bell in der 28. und 31. Minute gewann Mainz mit 2 zu 0 und verpasste den Schalkern in dem Run um die internationalen Plätze beziehungsweise in dem Run um die guten und die weniger guten internationalen Plätze einen deutlichen Dämpfer. Samstagmittags spielte der 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Die erste Halbzeit tröppelt so ein bisschen vor sich hin, die zweite Halbzeit war aber deutlich spannender. Nach 90 Minuten steht es gerecht 1 zu 1. Zeitgleich spielte der Hamburger SV gegen den FC Augsburg. Und der HSV gewinnt, überraschend, mit 3 zu 2 und macht Punkte gut. Später dazu mehr. Zudem traf Hannover 96 auf die TSG Hoffenheim. Sehr knappe Partie und ein Spiel definitiv auf Augenhöhe. Letzten Endes setzt die TSG sich durch. Endstand ist 1 zu 2. Im Signal Iduna Park gab es die Partie des BVB gegen die Eintracht Frankfurt. Die Eintracht war gut dabei, aber letztendlich gewann der BVB verdient mit 2 zu 0. Als letztes, noch am Samstagnachmittag, erwartete uns ein packendes Kellerkinder-Derby. Zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Das endete in einem gerechten Remis 2 zu 2. Das Topspiel am Samstagabend fand in der Allianz Arena statt. Dort empfing der FC Bayern München die Hertha BSC Berlin. Die Hausherren taten sich schwer mit einer kompakt und richtig gut stehenden Defensive der Berliner. Aber gewannen trotzdem durch ein beeindruckendes Solo von Weiser. Und Schweinsteiger, der den Ball dann einschob. Es stand hier also 1 zu 0. Am Sonntagnachmittag spielte zuerst der SC Paderborn gegen den SV Werder Bremen. Paderborn verspielte leichtfertig eine 2 zu 0 Führung und musste sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben. Die Werder schaffte es 2 zu 2 auszugleichen. Am frühen Sonntagabend knallte es dann zwischen der Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Gladbach tat mehr für das Spiel und hatte die besseren Chancen. Am Ende war es Max Kruse, der in der 90. Minute traf und den Gladbachern 3 Punkte bescherte. Und dem FC Bayern München die 25. Deutsche Meisterschaft. Wir gucken auf die Tabelle zur Feier des Tages heute im Schal. Ich freue mich. Erster Platz belegt der FC Bayern München. Dem ist der Meistertitel auch nicht mehr zu holen. 15 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Die Wolfsburger haben allerdings nur noch 4 Punkte Vorsprung auf die Borussia Mönchengladbach, die sich ihren 3. Platz wieder geholt hat. Darauf folgt die Werkself mit 2 Punkten Abstand. Aber stolze 13 Punkte trennen die Bayer Leverkusen vom FC Schalke 04 und dem punktgleichen FC Augsburg. Somit sind die Champions League Plätze klar. Wen die Qualifikation muss, bleibt spannend. Schalke und Augsburg haben auch nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim den 7. Platz. Also in der Europa League ist auch noch nicht alles entschieden. Besonders abstiegsgefährdet sind in meinen Augen der VfB Stuttgart, der SC Paderborn, der Hamburger SV, Hannover 96 und der SC Freiburg. Aber auch die Mannschaften, die noch knapp drüber liegen, haben die Chance noch in den Tabellenkeller zu rutschen. 4 Spieltage sind noch übrig. Damit bedanke ich mich wieder ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Die Klickzahlen gehen momentan noch ein bisschen zurück, aber ich schiebe das jetzt einfach mal aufs gute Wetter. Zum letzten Spieltag kommt ihr hier irgendwo und wie immer auch in der Infobox. Dort sind sowieso ganz, ganz viele tolle Links zum draufklicken und sich freuen. Ich freue mich hier immer über Feedback und wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das habe ich dreimal Woche gesagt. Yay. Gestern Abend ging die Nominierungen für den Deutschen Webvideopreis raus. Den Link habe ich euch auch in die Beschreibung gepackt. Voten nicht vergessen. Das ist die einzige Chance, wie ihr Einfluss nehmen könnt. Ansonsten möge die Macht mit euch sein. Ciao.